Hökohaten T sci-fi Tz-T Für ein deutscher Geschenk ist der Goy Christian, vom Trial des Jahres! Wir kommen zum Meisters, Friedland, und wir suchen heute noch einig Click noch. Der Goy ist die Alten der Zeit lang. Das Großgeländen ist und sie ist aus dem Platz. Wenn sie jemanden kommt, kann sie sein, dass sie ein Paar finden. Ein Tag kommt er an und er sucht mit Mäuschen. Morgen und heute Morgen kann ich ein Schönein kommen zu der Arbeit. Ich habe mich gefragt, warum kann ich ein Schönein kommen morgen? Ich suchte an der getroffenen Macherle bei meiner Frau, wenn ich ein schöner Paarieren morgen. Meine Frau, sie gewinnt am Freitag in den Hospital, bei Uncheck. Und der Doktor hat sie gesagt, sie hat ein Tumor. Der Doktor hat sie gesagt, sie soll zurück in den Montag, dass man eine Operation machen kann. Ich spreche an Christian, was geistert in der Luft zum Ziehen? Du wirst Agoi-Megarovge zum Ziehen? Was heißt Agoi-Megarovge zum Ziehen? Wir haben schon alle gelebt, seine Tausend Agoi-Megarovge zum Ziehen. Wir haben uns geholfen, und wir haben uns geholfen. Wir haben in der Rapscheide geholfen, auch jeder Menschen, auch die Jäden, auch die Gäden. Für jede Menschen hat er geholfen. Ich bin rauf zum Ziehen, zum Rapscheide. Ich bin gebeten und gebeten und gesinnt für meine Weib. Ich habe geschrieben in der Quittel und gezündete Licht. Der nächste Tag, sei fuhr nach dem Spital, und sei in der Apparatie. Fadeng machte Doktorattest, und er kommt zurück zu Christian. Wie geht der Masuk? Ich weiß nicht, was du hast getan, aber der Masuk hat geschrinkt. Es ist noch geworden kleiner. Wir dürfen schon berühren. Der Gäuse ist aus dem Palas. Er ist wie in der siebten Himmel. Er hat nicht gewusst, dass sie sich mit sich. Ich kann nicht glauben, was ich sehe. Es ist du, aber das ist schon kleiner geworden. Nach Kapur-Hadushin ist es von allein gegangen. Bokhashem ist ein Gesinn geworden. Und jetzt neue Hadushin zurück, geboren in sein erstes Baby. Nach der Masse. Wir haben gegebenen Namen Nussen, das ist ein Engel. Das heißt Engelisch Nathan. Das ist ein Gift von Gott. Bokhashem ist beide gesinnt. Das alles ist gut. Der Ebschei bowler Moishe. Wir werden sehen, dass er die Masse in den Ebschei hat. Wir sagten, dass die Dabung was weiter. Das ist zweifeln. Wir sehen, dass die Dabung an das Arbeit macht, durch ihre Kinder, mit den Menschen und den Stadtteilen, die alle Ungern betrachten, auf der Ebschei hat. Und das ist eine große Herausforderung, die sich in der Bibel von der Bibel von der Bibel von der Bibel. Aber konnte hier sein auch nur ein Du bist so calm, als er mich normal sitzt Du bist so calm, als er es ... Und hier decirte nach uns Und alsßig Und du bist soatos er Du bist so calm, als ich es ging Bis zum nächsten Mal.